Der Nationalfeiertag bietet sich ja großartig an, um zu feiern. Wien präsentiert das Bundesheer, wir holen alle Freiwilligen vor den Vorhang. Österreich ist ein Land, wo es sehr, sehr viele Spender gibt und sehr, sehr viele Ehrenamtliche. Auch für mein Leben ist Ehrenamtlichkeit etwas ganz, ganz Wichtiges. Nichts. raft Musik 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 Musik